Analyzer, die brauche ich später auch, wenn ich dann wirklich mit den Bienen machen wollte. Das Lockeränderungsmodul. So. Gucken wir mal, dass wir hier mal vorankommen. Gucken wir, wie schnell ich bin. Uh, uh, da haben wir sogar noch Zeug drin gehabt. Hm. Gucken wir mal. Ähm. Da. Da. Gut. Drei habe ich schon. Eigentlich habe ich immer noch. Räuchte ich jetzt die Nummer noch? Ja. Gucken wir mal. Ist eigentlich der König immer noch da? König Schleim? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne. Er ist weg. Einmal ist das Koffer. Dann noch mal hier noch. Dann bümm tübdum tüb. So. Eins. Zwei. So. Ähm. Pum. Bum. 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 Was meinst du? Sollen wir mal eben kurz noch mal 5 Minuten Pause machen? Gerade nicht. Gerade muss ich gerade noch was machen. Achso, was machst du denn gerade? Das können wir dann gerne über die Pause hinweg dann laden lassen, aber das will ich jetzt erst noch fertig bauen. Nämlich das, was mich immer am meisten interessiert. Wo haben wir denn das Lattes? Das ist in der rechten Truhe. Ah ne, das ist verloren gegangen scheinbar. Das habe ich nicht wiedergefunden. Oder habe ich es irgendwo doch woanders reingetan? Ich gucke es aber mal gerade. Ich bin nicht verloren. Es ist nicht mehr da. Ja, oder wir müssen nachher nochmal in die Höhle gehen. Bauglapes. Hab ich ansonsten alles? Ach, du willst den Jetpack bauen? Ja. Nutzen habe ich jetzt alles. Ich brauche jetzt nur noch Lattes. Ja, dann müssen wir gleich nochmal in die Höhle. Ja. Dann können wir den Jetpack bauen. Gut. Alles klar. Dann machen wir jetzt noch mal 5 Minuten Pause. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss mich jetzt gerade beeilen, weil ich habe gerade kurz in der Zwischenzeit, wir waren ein bisschen am diskutieren, was wir jetzt noch so machen und das vor. Und dann wollte ich kurz runter zur Turtle schwimmen und habe dann gesagt, hm, zwischendurch ist mir jetzt die Luft ausgegangen. Deswegen ist mir gerade alles kaputt gegangen. Deswegen wünsche ich mich jetzt gerade mal beeilen, dass ich es schaffe, hier runter zu schwimmen. Da unten nehme ich jetzt gerade noch einen... ...Viertel steht aber auch. Die dürfte ja so ziemlich ein Bedrock inzwischen sein. Nein, das ist nicht. Wisse nicht. Ne? Nein, das ist nicht. Ich habe alles wieder eingesammelt. Ja, dann bringen sie einfach mit nach oben und dann setzen wir sie vielleicht noch woanders nochmal an. Ich sitze jetzt einfach wieder... Warte mal. Re-Fuel. 404 ist noch drin. Würde ich sagen... Doch, dann mache ich die einfach weiter an. Ja. Ja, und setze ich die einfach weiter an. Komm mal her. Komm mal her. Und scheiße, ich mache kurz auf die Kiste da oben. Ich brauche kurz Luft. Ja. Ja, das ist der verkehrt, ich habe den Sack. Exkarate. 5, go. Eine Frage ist bei mir jetzt gerade, wie ich hier... Aua. Ja, Aua. Ja, Aua. Komm schon. Verdammt. Verdammt. Luft, 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 Luft. Danke. Danke. Ich darf mich nämlich jetzt da hier jetzt schön hochbuddeln. Ja, aber dann würde ich sagen, mit dem Wasser, das kann man auch ein bisschen intelligenter lösen. Indem man einfach ein kleines Löchlein vorher in die Wand macht und da das Wasser reinsetzt. Wir wollten einen Lappes holen, ja. Und du, wir hatten ja überlegt, den Junkle, oder? Genau, ob man dafür noch alles eventuell da haben. Wir haben, äh, uns fehlt, äh, kannst du mal kurz gucken, wie ich mich hier schaue? Moment, her, sofort. Äh, geh weg, du dummer Creeper. Ähm, was meinst du mit Büchern? Wir brauchen ein Buch. Wir brauchen ein Buch für den Junkle, oder? Ähm, ja, wir haben Zuckerrohr und auch Leder zu genüge. Ich wollte ja so oder so früher oder später noch den Verzauberungsding bauen. Den müssen wir dafür bauen. Okay. Der wird da raus gebaut. Der Junkle, oder? Okay, das wusste ich nicht. Der Junkle ist ein Verzauberungstisch und da wird einfach nur Gold und eine Enderperle. Äh, wir haben aber keine Blazing Watch. Wofür brauchst du Blazing Watch? Um Enderauge herzustellen, ansonsten haben wir ja nur Enderperle. Enderperle. Okay. Nee, du hast Enderauge gesagt. Dann tut's mir nöt. Nicht mit Enderperle. Zack, zack, zack. Ähm. Was wollte ich jetzt gucken? Achso. Ich wollte gucken nach dem Leder. Da haben wir hier nämlich genügend. Und Zuckerrohr. Für Glätter. So, ich mach jetzt hier grad mal die zwei Obsidianen hier weg. Ähm. Nee, mach mal. Mein Problem ist dann, ich brauch... Ich bräuchte einen Wassereimer nochmal hier. Jep. Eimer hab ich zwar, aber kein Wasser. Schrecklich, ich... Ah, ich bring einfach das Obsidian zum Wasser. Fertig. Ich hab ja einen Eimer. Das ist ja zu unständlich. Ich brauch ja vier Stück dafür. So, wie war das? Du kannst aber auch direkt einen, ähm... So viele Bücher machen wie es geht. Ja, ja, mach ich ja grad. Weil ich brauch nämlich gleich auch noch für, ähm... Für, für, für's Zaubern. Was ich ja gleich anfangen will. Ähm, brauch ich auch noch... Ach komm, jetzt mach ich's endlich weg. Dann, das ist Zaubern, brauch ich gleich noch. Ähm, Zauber, äh... Hier so'n, 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 so'n... Wirklich... Kann man das Obsidian jetzt machen? Bitte, danke. So. Einmal Lava. Danke. 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 Und jetzt mach's weg. Weg. Komm schon. Komm schon. Ah, Vertreter stehen schon wieder an der Tür. So, mein Schild aufstehen. Wie gesagt, ich hab mal, ich hab noch eine Idee, wie wir das, äh, lösen. Ja. Und zwar werde ich einfach hingehen und, äh... An der Tür selber, werde ich dann, äh, Ding befestigen. Äh, 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 äh... Ja. Und werde da dann, ähm, Sticky Piston draus machen. Schleim kriegen wir ja genug. Es sind ja genug Slimes, die hier rumballern. Und, äh, 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 äh... Und, äh, nachdem ich dann den, äh, den Sticky Piston dann da, äh, Sand reingeklebt hab, mach ich da drunter einfach ein riesiges Loch, ja? Mhm. Und sobald, äh, dann jemand vor der Tür steht, kann man einfach dann den Knopf drücken und, äh... Und auch geht's nach oben. So, dann wollen wir mal die Häcke hier noch ein bisschen weiterpflanzen. Im Übrigen habe ich in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen was an meiner Grafikeinstellung geändert, weil ich fand das so sah etwas besser aus persönlich. Obwohl das andere als schöner bezeichnet wird. Ja, interessanterweise, weil ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich find's so dann doch optisch angenehmer. Ja. Ja, dieses halb-halb durchsichtige... Sieht nicht so gut aus. So. So. Komm, der Inventar ist wieder so komisch. Komisch voll. So, ich hab was auf sie. Jo. Äh, Bücher hab ich hier im Inventar. Diamonds, Bericht, zwei... Wo sind denn unsere Enderperlen? Die sind in der... ...rechten... Achse, achse. In der Mittleren. Und Gold. So. Jetzt kommt... Eins, äh... Eins, drei, vier. Was ist das denn? Ja, die an Kaffeln kann man erstellen. Wie cool ist das denn? Und zwei Diamanten. Zaubertisch. Eins, zwei, drei, vier... Okay. Und eine Enderperle. Chunklauter. Wo tun wir den Chunklauter denn hin? Der ist relativ hübsch eigentlich. Wir packen ihn einfach mal hier ins Haus rein. Oder? Ja. Oben, äh... Und so. Neben meinem Bett. Neben meinem Bett. So. Showlasers. Das schließt gerade so alles ein. Du siehst sie jetzt nicht, nur ich sie. Oder mach ich noch einen mehr. Ich kann noch einen mehr machen. Dann schließt es wirklich alles ein. Ja. Ist okay. Kann man so ausmachen. Oh, alles klar. Dann mach ich hier mal Haltlasers. Na toll. So, ich lass mal alles hier, was wir jetzt nicht unbedingt auf der... Wir müssen hier nur schnell in die Höhle rein und Lapis holen. Wir haben doch noch ein paar Diamanten, oder? Sollen wir uns nicht mal zumindest ein paar Diamantschwerter machen? Was? Ich darf mir ne ganze Diamantwurter machen? Von mir aus. Na, so viel haben wir aber, glaub ich. Doch. 17 ist es, glaub ich, war der Braus, ne? Aber ich würd sagen, Diamantschwerter sollten wir uns schon machen und dann auch später verzaubern. Und nach und nach, wenn wir genug Diamanten dann haben. Ja, aber... Es geht. Zaubern, äh, brauchen wir halt Opsi nochmal für. Zaubern können wir ja noch nicht. Naja, wie gesagt, wir müssen ja auch erstmal die Büsche dafür haben. Ja. Wo bist denn du? Hier. Coole. Ich hab jetzt zwei Diamant-Dachen. Hier kommt, äh, Silber, Tin, Eisenerz. Was sollt hier rein? Das kommt hier rein. Hast du noch einen Eisenschutzack? Dann schmeißt du über einen zu? Äh, ich hab keine mehr, ne. Dann... Oder soll ich mir auch eben ne Diamant noch machen, dann... Eigentlich. Sonst ist es ja unfair. Vielleicht wieder anzuweinen. Ö, du Hörber! Ja, ja, ja. Kennen wir doch alles. Kennen wir doch alles von dir. Äh, b-b-b-b-b. Guck mal, gucken ob wir es irgendwann schaffen, im Laufe des Let's Plays diese ganzen, ja, diese ganze Mauer voll mit diesen Köpfen zu. Dafür hab ich so angefangen, da hinzustellen. Ja. Ähm, brauchst du noch Nahrung? Ja, ich würde mir gerne... Warte, ich hab hier noch das halbe Inventar voll. Ich würde mir gerne auch noch ein bisschen, äh, Eisen. Weißen, weil ich würde mir gerne mal ne richtige Rüstung machen. Oha, meiner hat aber ganz schön Damage gekriegt, sehe ich grad. Naja, egal. Was heißt richtig Damage? Das geht ja noch. Also dafür, dass ich eigentlich so gut wie nichts abkriege. Obwohl doch, ich kriege ja ständig die Hucke voll. Also hier war doch noch ne Stahlhose, die ist so gut wie ne... Das ist ne Eisenhose. Ja, hier hast du noch ein bisschen Nahrung. Ja, liegt noch mehr hinter dir. Ähm, 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 ähm. Ne, wir haben kein normales Eisenhose. Ähm, mehr wo? Ähm, nein, derzeit nicht. Wie weit ist denn hier unser Gold-Ding da? Da wird man eventuell nachher Eisen da mal reinschmeißen können. Oh, der zu kleinere ist noch ewig dran. Ja, ja. Das liegt da dran, weil die in hier ist so der Wahnsinn ist. Hier sind nur Zinnbörren. Ja, ich hab jetzt so ne Mischung aus Stahl und, äh, Eisen an. Ja, Stahl ist sogar, glaub ich, eigentlich besser, oder? Als Eisen. Wir können hier mal grad gucken, wenn du mal kurz raus tippst. Ähm, ne, es ist genau dasselbe. Sieht halt nur jetzt, äh... Achso, du meinst da unten von denen. Ähm, Moment. Warte mal, dass ich hier irgendwie die, äh, die Stahlhose anziehe. Ähm, das sieht bestimmt besser aus. Ja, gut. Jetzt sieht's so, das sieht so ewig aus. Was? Mit dem fetten Diamond-Schwerd am Rücken. Am Rücken? Ja. Ja, ja. Das sieht schon schon echt geil aus. Wobei das passt, glaub ich, eher. Jetzt mal gucken. Äh, ich will zack. Die hier. Ach, der Zapfang kann ich auch hier lassen. Der kommt aber hier rein. Das Feuerzeug kann ich auch da lassen. Berries packe ich mal hoch. Ich hole, nimm...